Aus dem Hause von Square Enix dürfen wir euch was ganz besonderes verlosen, denn wir verlosen euch etwas, was in dieser Rolle kommt. Es ist laut Beschreibung Final Fantasy 13.2 eine originale Wallsquall. Es kommt in dieser wundervollen Röhre, wie schon gesagt, bzw. es ist dann noch ein bisschen besser verpackt, damit es nicht kaputt geht etc. Und wenn ihr es dann auspackt, kommt dann sowas hier heraus. Und wenn ihr es dann ausbreitet, ich mache das jetzt extra mal andersrum, damit ihr es auch sehen könnt. Das schöne Ding, das gibt es heute zu gewinnen zu Final Fantasy 13.2. Diese Wallsquall könnt ihr euch irgendwo hinhängen, beispielsweise hier an meinem Greenscreen. Nein, das ist ein bisschen sinnlos. Aber das könnt ihr heute gewinnen. Wundervoll. Der Wallsquall zu Final Fantasy 13. Und wie das geht, ist ganz einfach. advent.ibliminösev.de. Kommentar in das Adventskanal natürlich schreiben. Oder natürlich auch gerne unter YouTube. Und schon könnt ihr dieses hier, dieses Final Fantasy 13, dieses Wallsquall Original gewinnen. Ich wünsche euch viel Glück beim Gewinnen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen, also gleich nochmal wieder. Denn wir haben gleich noch ein weiteres Türchen für euch. Also der Schluss ist natürlich der 26.12. um 23.59 Uhr. Und gewinnt deshalb jetzt die Final Fantasy Wallsquall. Dann jede Malen Tagress. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.